So, ich bin hier am 13. Samstag, den 13. oder 14. Januar 2001 am Deutschen Sportforum. Das ist ein bisschen unheimlich hier. Ging hier nur. Nöööö. Ging hier 30 Jahre lang nicht gesehen hat es hier. Auch immer. Jetzt wird Wildkrieg. Hier ist der sogenannte Jahnpark. Hier ist der sogenannte Jahnpark. So, dann sehen wir mal hier weiter. Ging, wo man hier rauskommt. Hier ist schon ein Sputmuseum zu sein. Hier ist Drohleben. Jetzt haben wir hier einen Stier. Früher war er wegzulaufen. Früher war er von den Engländern besetzt hier. Das sind ja. Natürlich wird es denn mit hier gesehen. Hier brauchen wir den Weg. Hier ist der Stimme Weg? Ne. Der Stimme Weg ist hier jetzt. Der Weg.